Das gibt eine neue Skulptur, Zeitalge. Sie wird vier Meter hoch und das ist eine Realisierung von Skizzen des letzten Jahres. Ich mache hier zuerst ein Kartonmodell und dann aus einer D-Bond Platte die einzelnen Teile, so dass ich schauen kann, wie sie sich zusammenfügen. Das sind jetzt die einzelnen Karton-Elemente, wie ich sie dann brauche und sie sind hier auf der Plasma-Schnittmaschine und das wird jetzt übergrellt und ich werde aus dem Edelstallblech eins zu eins ausgeschnitten, so dass ich zuletzt die einzelnen Elemente habe, die ich zusammen verschweissen kann, wo es schlussendlich die Skulptur daraus gibt.